Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen vier Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und drei sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert. Und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Wir sind in Schussposition. Wir sind in Schussposition. Sicht auf zwei bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Aufschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas. Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo. Der Status? Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Rück vor und seht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Sehe ihr an, Sergeant. Sehen wir, mit was wir es zu tun haben. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Watcher an, Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Lasro. Kartellwagen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte. Zwei Links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Ich hab sie. Auf dein Zeichen. Das war's für ihn. Wir haben's noch drauf. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier, Watcher. Bravo. Hier, Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterelder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Moment. Drei andere sehen ihn. Die könnten weggehen. Bravo, Unwatcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tonne unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Marcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Warte. Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Vorsicht. Er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Versteck die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Responde. Confirmo. Descucho. Informe. No, weh. Te copio. Fuera. Warte, da sind noch zwei. Benutze dein Thermalvisier. Sichtkontakt. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Hab ihn getroffen. Saubere Schüsse. Wir kommen weiter. Gas. Das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. Sicher, drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Baumgrenze voraus. Rüber da. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Lasswell. Sprich mit mir, Garrick. Hast du sowas schon mal gemacht? Hm. Schon oft, Sergeant. Da hast du noch Windeln getragen. Bleib fair, Kate. Er ging bestimmt schon aufs Töpfchen. Stimmt bis heute. Wir sehen uns deinen Talanzug an, wenn das vorbei ist. Deinen aber auch, Captain. Gerne. Das kommt alles in meinen Bericht, Jungs. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Lasswell. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Talanzüge sollten uns verborgen halten. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher. Wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Es ist nur hier. Das war's. Mieser Tag im Büro. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist ganz allein. Eliminiert. Netter Schuss. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Kompensiere zweieinhalb Striche für Geschossabfall. Ein Todesfall. Guter Scheiß. Er ist allein. Dreieinhalb Striche für Geschossabfall. Direkt ins Ziel. Gut geschossen. Es ist nur er. Dreieinhalb Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Vorzeitiger Ruhestand. Er ist ganz allein. Dreieinhalb Striche. Hab ihn. Schlechter Tag, um ein Narko zu sein. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Du nimmst einen, ich den anderen. Dreieinhalb Striche. Erwischt. Wir haben's noch drauf. Es ist nur er. Vier Striche. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Er ist allein. Dreieinhalb Striche. Saurer Treffer. Die Jagd auf Sicarius ist eröffnet. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Also, ich hab' ich zurück japnen. Sie haben seine Kugel zu lassen. Ich bin nicht überlegen. Ich bin der Kugel in deinem Schraub. Hier sind die próp sanoane. Jetzt sind die Kugel in deinem Aegir. Und das war's. Not compte. Vielleicht können sie jetzt nicht mehr Dark Marc teil Entrepreneur. Alles bereit. Drei Striche. Zwei ein halb Striche. Ausgeräuchert. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Schafsschützenkurs noch was. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Drei Striche. Abgekratzt. Genau wie ein Profi. Schaltet die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme ihren Freund. Entschuldigung. 22. 2. 2. 4. Er ist alarmiert. Getroffen. Das war knapp. Wie wär's mit etwas Vorsicht? Gester sind Zivilisten. Er ist ganz allein. Warte, er bewegt sich auf eine Gruppe zu. Das war's für mich. Bin in Position. Zwei Striche. Zwei Striche. Wir müssen alle Kartellmitglieder draußen ausschalten, bevor du rein kannst, Kai. Warte, Feinde links. Ich markiere sie. Beleidige ihn. Sein Freund gehört mir. Ich hab seinen Freund. Zwei Striche. Falltreffer. Saubere Schüsse. Wir sind sicher. Zeug nach unten zu gehen und einen Weg hinein zu finden. Ich geb dir Deckung. Wieso ich und nicht du, Captain? Weil ich der Captain bin und du nur Sergeant. Bewegung. Roger. Verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn sie Raketen transportieren, sind sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Moment. Gas von der Rücksette des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Verbirg dich im Gras. Leg dich ins Gras und versteck deine Waffe. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht raus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Auf dein Zeichen. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie mich noch auf. Er ist alarmiert. Scheiße, da kommen sie. Er ist am Boden. Du bist sicher. Gut gemacht, Sergeant. Danke für die Hilfe, Captain. Du machst die Schwerstarbeit. Schön, dass es einer merkt. Ist ein gutes Timing. Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant. Das stimmt. Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden. Bin unterwegs. Mehrere offene Tore um das Hauptgebäude. Ich bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Brauche Deku. Das Dach leckt. Hier oben, Arschloch. Tod von oben. Tod von oben, Wichser. Da. Träcker. Treffer! Einer getroffen! Das Lagerhaus ist gesichert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Pass auf die Türen auf, Gas. Die Lagerhaus ist gut für sie! Die Lagerhaus ist gut gemacht! Die Lagerhaus ist gut. Die Lagerhaus ist gut. Weißt du zu viel? Wenn du das so krone, holst du hier. Ich will das jetzt alarmieren! Es ist gut, đơn die! Die Lagerhaus ist gut. Ich bin hier. Eine Zinniga. Das macht zwei. Scheiße, da kommen sie. Drei erledigt. Vier. Fünf. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Käpt'n. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit'n Hemd. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Gleiches Spiel, Gas. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Tod von oben. Tod von oben, Wichser. Setze Trenngas ein. Bereithalten, Käpt'n. Okay, bin bereit. Die Gebäude sichern, Sergeant. Schütze eliminiert. Tschüss. Hält am Boden. Getroffen. Er ist mit dem Schildschrank. Entschuldigung. Getroffen. Das Dach leckt. Hier oben, Arschloch. Tod von oben. Brothaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Was zum Henker? Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Leuchtturm, mir nach. Jungs weiter, wir sind ein kleines Team. Wenn sie Verstärkung rufen, wird das schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze, das ist dein Ding, Captain. Positionieren wir uns auf diesem Kamm. Wir müssen den Geschoss voll bedenken. Bravo an Watcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Scanne das Gebiet durch dein Visier. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Er ist allein. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Das Las Almas Kartell hat offene Stellen. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Sauberer Treffer. Nicht übel. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Ich bin bereit. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Zwei Striche. Zwei Striche. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Das war's. Das war's für ihn. Sein Tag ist vorbei. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Zwei Striche. Abgekratzt. Guter Scheiß. Zum Glück bin ich hier. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Das war's. Wir haben's noch drauf. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Warte. Er bewegt sich auf eine Gruppe zu. Er ist alarmiert. Schütze eliminiert. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich geb' dir von hier Deckung. Ah. Ich bin wieder dran. Beim ersten Mal warst du so gut. Bravo an Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebot. Gers. Auf der Straße da unten tut sich was. Ich bin wieder dran. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Wir halten an und steigen aus. Bleib im Gras, Kai. Verbrück dich im Gras. Verbrück dich im Gras. Das war's. Hörst du das? Verstanden. Ich vermute, es ist Al-Katala. Hassans Männer. Wenn Hassan Soldaten hier hat, dann läuft irgendwas. Oder Leaf. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. In derBook... Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Mein Mann ist bald. Der Leuchtturmgebot. Der Leuchtturm ist nur eines Material. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Auf dem Dach. Brauche Deckung. Tod von oben. Die Gebäude sichern. Was zur Hölle? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Ataque! Innenraum sicher. Du musst die Garage sichern und durchsuchen, bevor du vorhücken kannst. Okay, bin dran. Ich bin dran. Die Gebäude sichern, Sergeant. Einer getroffen! Ich bin dran. Ich bin dran. Hier oben, Arschloch. Treffer! Garage sicher. Durchsuchen. Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland, unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in dieser Tunnel finden. Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay? Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Was sieht dir das an? Jackpot. Zur Info. Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Gehen nach. Steige ihn ab. Karteile lieben Tunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ganz schön weitläufig. Du musst zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich, Captain. Ende. Ja. 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 Sicher. Endstation. Sieh dir das an. Ein U-Boot. Was zur Hölle. Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schaffts nie über den Atlantik. Kate. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen. Keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay. Wir kommen. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Ich sehe nicht, was da los ist. Sie haben sie umzingelt. Kein Ausweg. Alcatala ist an Bord. Sie sollen das Boot oder nicht. Nehmt eure dreckigen Hände weg! Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala Boot. Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los! Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's! Los geht's!